Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square bzw. On Tour, denn wir sind heute wieder unterwegs und wir haben einen ganz besonderen Gast. Er ist eine der bekanntesten Stimmen in der hiesigen Radiolandschaft, und zwar aus einer goldenen Zeit des Radios, als man als Typ noch ohne Volo eine Chance bekam. Er war schon immer ein Weltenbummler, ist es heute noch. Er trägt den Rock'n'Roll in sich, obwohl vielleicht oder auch gerade, weil er seit ein paar Jahren in Ruhestand ist. Und wir gehen jetzt gleich in sein Arbeitszimmer und fragen ihn, warum man überhaupt in der Rente ein Arbeitszimmer braucht. Herzlich willkommen, Roland Helm. Hallo. So, gehen wir mal rein. Also, jetzt habe ich eben gesagt, dass wir im Arbeitszimmer sind. Jetzt sind wir doch in einem Musikzimmer. Roland, ist das dein Wohnmusikzimmer hier? Das ist mein Wohnmusikzimmer, ja, genau. Genau. Also, fangen wir mal vorne an. Roland Helm geboren 1951, allerdings in Offenbach. Moderator, Journalist, Musiker, Autor und noch vieles mehr. Wie gesagt, du bist in Offenbach geboren. Wenn du eine Reportage über dein junges Ich machen müsstest, sagen wir mal bis 18 Jahre, welche Stationen würdest du da beleuchten? Großgezogen wurde ich in einem kleinen hessischen Dorf erst bis zum 8. Lebensjahr von meiner schlesischen Oma. Die hat mich unendlich geprägt, ihre Sichtweise der Welt. Und dann der Umschnitt auf Saarbrücken, wo ich dann in die Ostschule gegangen bin und wo ich dann diese wunderbare Stadt kennengelernt habe, die für mich inzwischen die wirkliche Heimat ist. Die wirkliche Heimat. Du bist in einer Industriestadt geboren. Und wie bist du ins Saarland gekommen? Was war da? Mein Vater war Bergbauingenieur. Und der kam dann auch Ende der 50er an die Saar. Hatte als junger Mann schon sowohl vorher im Saarland gearbeitet an der Völklingen Hütte. Und er kannte die damalige Hütte schon und den Kommerzienrat Röchling. Und ich besitze sogar ein Buch, 50 Jahre Röchling, Völklingen mit der Unterschrift des großen Röchling damals. Und Vater kam dann Ende der 50er wieder ins Saarland und hat dann bei Saarbeich gearbeitet bis zu seiner Pensionierung Ende der 70er Jahre und war zum Schluss Umweltschutzbeauftragter und Marketing- und Pressechef. Und so kam dann auch ich ins Saarland und bin dann im dritten Grundschuljahr wahrscheinlich an die Ostschule gekommen. Habe dort wunderbare Freunde gefunden und habe dann auch damals angefangen, Saarbrücker Platz zu schwitzen. Die Saarländer sind ja sehr heimatverbunden eigentlich, auch die importierten möglicherweise. Du hattest aber irgendwie schon immer in dir so nach draußen zu gehen. Nach dem Abitur warst du dann in den USA in der Highschool, am College. Wie kam es dazu? Mein wunderbarer Vater hat eines Nachts, als er das Auto betankte, in Saarbrücken ein amerikanisches Ehepaar kennengelernt. Und diese Wiedenmeier-Tankstelle, das gab es ja damals, die war dort, wo heute die Saarbahnhaltestelle Römerkastell ist. Und das war ganz in der Nähe von meinem Elternhaus in der Bismarckstraße 110. Und diese Amerikaner, die kamen dann zu uns nach Hause und haben bei uns übernachtet in dem wunderbaren, großen, schönen Haus in der Bismarckstraße, was wir hatten. Und so ergab es sich dann, dass wir einen Kontakt bekamen zu einer Familie in Florida. Und dann bin ich dann nach dem Abitur ein Jahr nach Florida, war einige Wochen oder Monate, das weiß ich nicht mehr so genau, auf der Highschool, bis ich dort das, was in Deutschland, das Abitur, das Graduation, mitgemacht habe. Ich habe also zweimal Abitur gemacht, einmal in Deutschland und einmal an der Highschool. Und dann bin ich noch anderthalb Semester an ein College gegangen, bis die Zeit dann in der Familie, das ein Jahr vorbei war. Und damals habe ich dann dort Amerikanisch gelernt und zumindest damals habe ich es akzentfrei gesprochen. Ich spreche Amerikanisch immer noch sehr fließend, natürlich mit einem Vokabular zum Teil aus den 60er Jahren. Aber das ist ein Phänomen bei den Amerikanern, dass die Expatriots, die also woanders seit Jahren sind, oft dann nicht mehr das aktuelle Amerikanisch sprechen. So kam ich dann in die USA und von den USA bin ich dann als Hilfskoch auf einem Schiff von Kalifornien nach Japan. Ich habe Kartoffeln geschält auf einem norwegischen Frachter und so begann die große Reiserei und der große Reisebarzillus, der mich nie verlassen hat. Dass du amerikanisch sprechen konntest, hat dir da später noch sehr geholfen, da kommen wir nachher noch drauf. Nach dem Abitur kam dann ein Studium, das war Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft, später auch noch Chinesisch und Völkerkunde. Und dann, du hast gerade beschrieben, wie sich das Reisefieber gepackt hat. Und das hält bis heute an. Was fasziniert dich am Reisen? Fremde Länder kennenlernen. Damals, als ich unterwegs war, gab es ja kein Handy und kein Internet. Gelegentlich habe ich vom Festnetz aus mit meinen Eltern telefoniert. Aber ich habe es sehr geliebt, ganz alleine in der Welt unterwegs zu sein. Ich hatte einen Rucksack, einen ganz kleinen, ich habe eine Reise in Südamerika gemacht, nur mit den Klamotten, die ich am Leib trug. Und nur die Unterwäsche und das Hemd waren doppelt. Ich wollte einfach mal wissen, ob das geht. Und ich bin einfach, ich bin einfach furchtlos und ich bin auch kontaktfreudig und habe auch immer versucht, die Sprachen so einigermaßen zu lernen. Also ich habe an der Universität später Chinesisch auch gemacht und konnte auch mal einige, so eine leichte Konversation sprechen. Ich kann auch noch sagen, das heißt auf Deutsch, ich habe drei Jahre an der Bonner Universität Chinesisch gelernt. Aber wie ich dann in Japan auch war, habe ich auch gelernt Konnichiwa und wie geht es Ihnen und Watashi Watdeutsu Jin des, das ist jetzt wiederum Japanisch, das heißt, ich bin ein deutscher Student. Aber das Gleiche auch, wie ich in Afrika war, habe ich so ein paar Worte Suaheli gelernt. Und in Südamerika, und das war eigentlich der eigentliche Knaller, habe ich innerhalb von vier Wochen Spanisch gelernt, sodass ich am Ende Spanisch einigermaßen sprach. Was aber darauf zurückgeht, dass ich schon Englisch konnte, Französisch konnte und Latein hatte auf der Schule, sodass man viele spanische Wörter schon passiv konnte. Und so auf die Art und Weise habe ich dann auch mich immer überall wohlgefühlt und habe immer Kontakt zu den Leuten gefunden, habe auch viel fotografiert. Und manchmal hatte ich auch so eine kleine Reisegitarre mit dabei, das hat auch geholfen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du bist furchtfrei, was das angeht. Jetzt stelle ich mir das halt gerade als junger Mensch halt schon beeindruckend vor, dass man da wirklich in die große, weite Welt geht. Ich meine, es gibt solche Menschen heute noch, aber die haben dann vielleicht ein Smartphone dabei, mit dem sie überall bezahlen können und sich nochmal orientieren können. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man junge Menschen, die vielleicht auch sowas machen, wollen, wie man denen die Angst nehmen kann, in fremde Länder zu gehen, diese Riesenabenteuer zu erleben? Also was heute anders ist, du hast es bereits erwähnt und ich hatte es ja auch kurz angerissen, du hast heute natürlich mit dem Internet und Handy und WhatsApp, da kannst du ständig Kontakt mit zu Hause haben. Und es ist die innere Einstellung, die du brauchst, dass du sagst, ich vertraue erstmal, dass der Mensch ein guter Mensch ist. Natürlich wissen wir, dass es überall Gangster gibt und es gibt überall Waffen. Ich war zum Beispiel in Afghanistan 1971 in Kabul, da war ich mehrere Wochen lange, bevor die Russen kamen und die Amerikaner kamen, die dieses Land letztendlich kollektiv kaputt gemacht haben. Aber auch dort sind die Männer mit Messer im Gürtel und mit dem Gewehr über der Schulter rumgelaufen. Aber ich habe da mir weiter nichts bei gedacht und sie haben mir hier nichts getan. Ich habe denen ja auch nichts getan. Ich habe sie ganz freundlich angesprochen. Und deswegen, wenn man mit dieser inneren Haltung auf Reisen geht, plus die Möglichkeit, Internet, Handy, ständig Kontakt zu halten und mal ein WhatsApp-Foto nach Hause zu schicken, wenn man das so in sich trägt, dann ist das kein Problem. Hast du mal angedeutet, du warst viel in Asien unterwegs, nahe Mittlerer Osten, später Afrika, Südamerika. Man kann eigentlich sagen, hast du die ganze Welt mehr oder weniger umreist. Aktuell brennt es in dieser Welt an vielen Stellen, wenn du Politiker aufgrund deiner Lebenserfahrung beraten müsstest, zum Beispiel im Umgang mit China. Was würdest du ihnen raten? China ernst nehmen. China ist eine ganz große Kulturnation. Sie ist sehr reich, das wissen wir. Sie waren oder sind dabei, Teile vom Hamburger Hafen zu kaufen. Im Saarland gibt es dieses Batteriewerk. Ich würde den Chinesen auf Augenhöhe versuchen zu begegnen, aber ich würde eine gesunde Vorsicht walten lassen. Denn China ist so unfassbar mächtig, dass man gar nicht vorsichtig genug sein kann, sowohl was Ideenklau anbetrifft, das wissen wir, aber auch diese Dampfwalze des Geldes, die die mitbringen. Aber ganz, ganz wichtig, du musst, egal ob Chinesen oder wer auch immer, den Leuten mit Blick auf ihre Kultur mit großem Respekt begegnen. Das honorieren sie dir. Das machen wir in vielen Bereichen falsch. Das machen wir in vielen Bereichen falsch. Gott sei es geklagt, die damalige Verteidigungsministerin Gramm-Karrenbauer und der Außenminister Heiko Maas haben die Situation in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt, weil sie oder deren Umfeld das Land nicht genügend erforscht hatten und genug wussten über Afghanistan. Ich sage das jetzt mal ganz frech. Wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich Ihnen sagen können, was passiert, wenn die Amerikaner rausgehen. Denn die Afghanen, ich habe sie ja im zarten Alter von 20 Jahren erlebt, dieses Land, sind unfassbar stolz und über Jahrhunderte gewachsenes Kriegervolk. Jetzt haben wir viel über deine Reiselust gesprochen. Kommen wir jetzt mal zu dem, wo man dich wahrscheinlich am meisten herkennt, aber das hängt zusammen. Der erste Kontakt zum Radio, der lief wohl über deinen Vater, du hast gesagt, der war Pressechef bei den Saarbergwerken, der eigentlich die, wenn ich es richtig verstand, die Reiselust des Sohnes ein bisschen an den Mann bringen wollte im Radio. Ist dann bei Otto Deppe gelandet und der hat ein Talent erkennbar. Vielleicht kannst du die Anekdote am besten selbst erzählen. Mein Vater war sehr stolz auf seine drei Kinder. Mein Bruder, der Musik studiert hat, meine Schwester Rosi, die Dolmetscherin war und ich, der Jüngste, so ein bisschen, klar, der Sanguiniker, der Fröhliche von uns dreien. Aber mein Vater hat von seinen drei Kindern immer wieder erzählt und hatte in seiner Brieftage immer Fotos dabei. Und dann traf er mal wieder Kollegen, also auf der anderen Seite Kollegen der Pressearbeit, auf der Seite des Saarbergwerks Rundfuchs. Er kannte sie alle, Axel Buchholz, Otto Deppe, Harry Obano, Elke Herrmann, man kannte sich. Und dann hat er von mir erzählt und da sagte der Otto Deppe, oh, das ist ja interessant. Er hatte damals die Nachmittagssendung Journal am Nachmittag, ich glaube, die hieß damals noch Auf allen Straßen oder so ähnlich. Und da hat Otto Deppe mich eingeladen, da war ich nur mitten im Studium und hat, so wie wir zwei uns jetzt unterhalten, hat Otto Deppe mich auch interviewt über meine Reisen. Und am Ende dieser Aufzeichnung sagt er, Herr Helm, Sie haben ein unglaubliches Erzähltalent, ich gebe jetzt seine Worte wieder. Und Ihre Stimme ist toll, Sie haben eine Stimme wie, Ihr Vater wollen Sie nicht Radio machen. Da habe ich gedacht, naja, mal gucken, mal schauen, was ich muss erst mal mein Studium zu Ende bringen. Aber das hat mich nicht losgelassen. Und da war ich zwei Jahre später wieder zu Gast bei ihm im Interview und hatte mir, als hätte ich nie was anderes gemacht, so ein Aufnahmekerät gekauft. Damals gab es ja so, wie jetzt das Handy, so ein Walkman hieß das, mit dem er aufnehmen konnte, mit Kassette drin, man erinnert sich ja. Und habe dann auch Interviews gemacht auf meiner Reise in Westafrika war das damals, Togo, Mali, wo jetzt auch die Bundeswehr ist. Dort war ich auch quasi zu Fuß und habe immer gesagt, wo ich zu Fuß war, kann ich die Welt erklären. Und dann habe ich den Otto Deppi wieder angerufen und dann ergab es sich, dass ich kurz vor Ende des Studiums war. Und am Ende dieses Interviews sagte er, Herr Otto Deppi, nicht wollen Sie auch Radio machen, sondern ich habe einen Job für Sie. Und da habe ich erst als Student angefangen, so die üblichen Hintergrundarbeiten, Kaffee kochen, Fernschreiben, Abreisen, Zeitungen durchforsten, Botengänge machen etc. pp. Aber bald durfte ich auch Beiträge machen und habe dabei auch viel gelernt von den Technikerinnen, muss man sagen, dort beim Saarland Rundfunk. Die waren meine eigentlichen Lehrerinnen, was Beiträge und Reportagen anbetrifft. Und so wie ich jetzt auch mich unterhalte, war ich auf der anderen Seite als Moderator bald tätig und scheinbar habe ich da ein Talent besessen. Und da habe ich eben so ganz scherzhaft gesagt, ohne Volo, ohne Volo-Tariat, das ist ja heute alles sehr reglementiert. Du bist da noch reingerutscht als einer der Letzten, bei dem das vielleicht noch möglich war. Damals war es sogar so, dass viele Redakteure und sogar Abteilungsleiter kein fertiges Studium hatten. Viele haben im Studium, so wie ich, beim Saarland Rundfunk angefangen und dann ergab es sich die Karriere und, und, und. Und Volontariat war damals noch nicht Pflicht, das gab es auch schon. Ich habe aber mein Examen fertig gemacht. Ich bin also Diplom-Volkswirt und Politologe. Und das hat sicher geholfen, aber es hat auch einfach geholfen, dass ich einfach das, was ich tat, gern tat und offenbar auch ganz gut machte. Und später wurde das formalisiert. Später hieß es Abitur, Studium, Praktika, Volontariat und dann erst mal Mitarbeit als freier Mitarbeiter. Und ich bin ja auch Dezent an der Uni in Saarbrücken seit acht Jahren und gebe ja Radiokurse. Und da sage ich das auch immer den Studierenden, man muss es ja heute geschlechtsneutral sagen, es gibt ja Studenten, Studentinnen, die Studierenden, dass es heute so ist. Es gibt heute noch die Ausnahmen, die großen Ausnahmetalente. Und jetzt kommt was ganz Neues. Dank des Nachwuchsmangels, den es nicht nur im Handwerk gibt, sondern auch in den akademischen Berufen ist es so, habe ich gehört von den Ex-Kollegen beim Saarlandischen Rundfunk, dass es nicht mehr so viele Bewerbungen gibt, wenn es eine Stelle gibt. Das heißt, da könnte sich was tun, dass das Volo nicht mehr Pflicht ist. Aber ich konnte gerade noch reinrutschen. Dann war die große Phase, Volo muss sein. Und jetzt könnte es sich wieder etwas aufweichen. Mal gespannt. Ist da was verloren gegangen, dadurch, dass man das so reglementiert hat? Dass einem da Typen wie du durch den Lappen gegangen sind zum Beispiel? Ja, das sehe ich auch so. Man hat das zu sehr reglementiert, weil man dachte, wir wollen die Standards mal höher schaffen. Und hat in der Tat dann übersehen, dass es gerade in diesem Kreativbereich, das ist ja Radio auch, einfach die Quereinsteiger, die Talente, einfach übersieht, unter denen es keine Chance gibt. Und viele, die bei uns dann, weil die formale Ausbildung nicht stimmte, bei uns beim Saarlandischen Rundfunk nicht landeten, sind dann bei Radio Salü bekannt geworden. Du hast auf dem Sende dann einige Formate begleitet und wie das halt so geht, man rutscht vom einen irgendwie ins Nächste. Aber du bist auch für Innovationen zuständig, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Thema O-Töne in Nachrichten gab es vorher noch nicht. Das hast du irgendwie eingebracht. Da muss ich sagen, der Saarlandische Rundfunk SA1 war schon immer sehr innovativ, was ein bisschen an der Franzosenzeit, der Nähe zu Frankreich, aber auch durch die Konkurrenz von Luxemburg lag. Deswegen, um das damit vielleicht zu beginnen, als die Europawelle 1963, ich glaube 1964 war es, auf Antenne ging, wie heute, was man heute Formatradio nennt, haben die Kolleginnen und Kollegen damals völlig neue Dinge gemacht. Wie telefonieren im Radio. Vorher hat man gesagt, oh Gott, diese minderwertige Qualität. Und dann haben wir eben auch, da war ich mit in der ersten Generation, die O-Töne in die Nachrichten gebracht haben. Damals dem Vorhaben waren das Texte. Die haben diese Stimmen, die Schauspieler vorgelesen. Und das war es dann. Das war dann, hallo, 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 die Nation steht still für fünf Minuten. Und wir haben dann angefangen, auch kleine Ausschnitte, also Schnipselchen von Politikerinterviews zu nehmen aus dem Fernsehen. Oder wir haben einen Korrespondenten angerufen. Aber später, als ich dann circa 20 Jahre Unterhaltungschef von SA1 war, und ich war ja auch eine Zeit lang der Vorgesetzte von Manfred Sechsauer, ein ganz, ganz lieber Mann, ganz lieber Kollege war das, da haben wir dann angefangen, vieles zu verändern, was in der Luft lag. Zum Beispiel das Selbstfahren der Sendungen war vorher eine ganz belächelte Ausnahme. Wir haben das eingeführt zu meiner Zeit in den 90ern und auch die Formatierung der Musik, dass nicht jeder Moderator spielen kann, was er will. Also Beatles oder Jürgens und vielleicht noch die neueste von Nicole und dann Heavy Metal. Das passt ja nicht zusammen, weil es die Leute ja rein und rausschmeißt aus dem Radio. Und dann haben wir die Formatierung eingeführt und auch, das hat vielen nicht gefallen, aber wir haben es gemacht, weil es heute Standard ist, dass du einen Musikredakteur hast und einen zweiten, die ein Computerprogramm füttern mit den Titeln. Und der Computer, nach den Regeln, denen man der Software sagt, baut das zusammen. Und dadurch ist ein besserer Musikfluss entstanden. Also da muss ich sagen, war ich schon in meiner Zeit beim SA an vielen Innovationen beteiligt. 1984 warst du ein Jahr lang der erste Junior-Korrespondent des SRs überhaupt, der da jemand nach den USA geschicken durfte, in Washington. Was für eine Funktion ist das? Was hat man da gemacht? Der Korrespondent ist ja wie der Reporter hier vor Ort, der nach Lebach oder nach Quetschumembach oder Nofelden oder nach Homburg oder St. Ingbert fährt, ist der Korrespondent, der aus dem Ausland berichtet. Das heißt, du musstest dort erstmal dich kundig machen, was passiert da politisch. Und damals war Ronald Reagan Präsident, der ehemalige Schauspieler, der ungefähr genauso das Kaliber hatte wie Donald Trump, nur er war netter. Aber du musstest verstehen, was sind im Moment die Akteure, was sind die Themen. Und damals waren große Themen Hungerkrise in den USA, in dem ersten Winter, wo ich da war. Da bin ich auch nach Detroit gefahren, habe die ersten Suppenküchen gesehen und die langen Schlangen. Dann war ein Riesenthema damals der Guerillakrieg in Nicaragua. Die sogenannten Contras, die rechten Guerillas, die die linke Regierung attackierten. Und da habe ich unendlich darüber berichtet. Damals, was später der Titel der Filme war, Star Wars, Ronald Reagan hatte damals eine Rede gehalten über einen Raketenschutzschirm. Dass man wie so eine Käseglocke oder so eine Glasglocke über den USA hat, wenn da eine böse russische Rakete kommt, wird das abgefangen. Das war so ein ganz großer Strauß an vielen Themen. Und ich musste auch, durch die Zeitverschiebung musste ich früh um fünf aufstehen, dass ich um sechs Uhr für die Mittagssendung und hier zwölf Uhr bereit war. Musste um sieben ins Büro. Dann haben wir die ersten Berichte gemacht, die wir rüber geschickt haben für die in Washington 11 Uhr, Deutschland 17 Uhr, die Abendsendungen 18 Uhr. Und dann musste ich wieder 23 Uhr nachts auf Standby sein, wenn dann wieder für die Frühsendungen in Deutschland die Leute anriefen. In der Zwischenzeit, damals gab es noch kein Internet und ich musste Zeitungen lesen, alles, damit ich alles weiß. Und auch was hier die Tagesschau ist oder die großen Nachrichtensendungen, Nachrichtensendungen musste ich in den Networks ABC, NBC, CBS, die Nachrichten gucken und auch versuchen, mich ansonsten auf dem Laufenden zu halten. CNN fing gerade an, sodass man auch den Dauerlauf da auch so ein bisschen mitkriegte und habe jeden Tag zwischen eins und drei Berichten gemacht. Und es gab mal einen Tag, da war so viel los, da habe ich 30 Berichte gemacht. Vieles natürlich live, so wie wir jetzt sprechen. Du hast ein bisschen vorweggenommen, Ronald Reagan war in der Zeit amerikanischer Präsident. Wir haben uns neben den eben genannten Themen auch mitten im Kalten Krieg befunden. Wie hast du dieses Jahr in den USA erlebt und was fällt dir zu der heutigen Situation in Bezug auf Russland ein? Merkst du da auch Parallelen, was die Reflexe angeht in den Medien oder ist das eine völlig neue Situation? Naja, jetzt ist es ja nicht krass wie noch nie, das ist ja ganz klar. Aber auch Reagan war ganz klar gebürstet als Antikommunist und es waren das noch die Nachwehen des Kalten Krieges, die da eine Rolle spielten. Auch da muss ich sagen, klar, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so muss auch Politik funktionieren. Aber auch da hat man den Russen nicht den Respekt entgegengebracht, der vielleicht nötig gewesen wäre, auch um sie besser zu verstehen, beziehungsweise auch, dass sie die amerikanische Seite besser verstehen. Das war wahrscheinlich inklusive Spionage, was man auch als Journalist ja gar nicht mitkriegt. Gut, das Weltbild war ein ähnliches. Reagan war ja ein ähnlicher kalter Krieger, ein ehemaliger oder ein immer noch alter kalter Krieger, würde man sagen. Aber natürlich ist es nicht vergleichbar mit der Situation heute mit dem Krieg in der Ukraine. Deine Rolle als Unterhaltungschef von SR1 Europawelle hast du ja schon angedeutet und das Thema Privatsender, die damals aufgekommen sind, auch. Du hast sehr früh auch erkannt, dass, wir haben eben über Nachwuchs gesprochen, dass man da auch was tun muss und sehr früh ein Schülerradio angeregt, aus dem dann unser Ding entstanden ist. Vielleicht kannst du die Geschichte auch mal nochmal zum Besten geben. Ich darf sagen, dass ich damals als ganz frischer, neuer Unterhaltungschef SR1, drei Monate vor dem Start von Radio Salü, der damaligen Chefetage auf dem Halberg gesagt habe, lieber Herr So-und-so, lieber Herr Dr. So-und-so, wir dürfen das nicht unterschätzen, auch wenn das erstmal nur ein kleines Team ist in einer drei, vier, fünf Zimmerwohnung unten im Nauwieser Viertel oder am Rande des Nauwieser Viertels in Saarbrücken. Die werden uns Konkurrenz machen und vor allem werden wir, damals gab es noch kein unser Ding, wir werden mit SR1 nicht von Elvis Presley bis damals Madonna, Queen waren so die Themen, Michael Jackson, Bad, Thriller-Album, wir werden kein Musikprogramm machen können, was Elvis Presley bis damals einfach in die 90er, Anfang der 90er abdeckt. Und da haben die gesagt, ach ja, das nehmen wir nicht so ernst, aber wir beobachten das mal. Dann hat uns Radio Salü ja größere Probleme gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir ein Schülerradio, um uns noch jünger anzusiedeln mit einem Sonderprogramm gegen Radio Salü. Wir nehmen die Nachrichten, die wir haben, weil Nachrichten ist teuer. Die sind zwar dann nicht für junge Ohren so gemacht, wie heute unser Ding Nachrichten macht, aber wir nehmen vom Schulhof, von der Universität einfach junge, frische Stimmen, die ihre Sendung so machen, wie junge Leute ticken. Das hat dann viele Jahre gedauert, bis die ersten Pilotprojekte von unser Ding in den 90ern begannen, um dann 99 auf Antenne zu gehen. Das ist ein Problem, was viele Medien haben, dass irgendwann der Nachwuchs weggeht. Aber war es nur frühzeitig oder würdest du sagen, es war vielleicht auch schon ein bisschen zu spät? Nein, nein, es war auf jeden Fall frühzeitig. Es war kein Vergleich wie heute, wo ja, man kann ja hingehen, wo man will. Ob Aldi, Lidl, Tankstellen, irgendwelche Firmen, Handwerksfirmen, man hört im Radio Werbespots von irgendwelchen Firmen, die sagen, komm zu uns, komm zu uns. Nein, so krass wie heute der Nachwuchsmangel war es nicht. Wir waren noch vor allem medientechnisch frühzeitig dran, Bevor wir im Fernsehen so Phänomene wie Netflix zugeschlagen haben, hatten wir ein Programm, was noch jünger angesiedelt war als Radio Salü. Radio Salü, dann sage ich mal, jung erwachsen und SR1 mittelprächtig erwachsen, sodass wir da den saarländischen Markt vom Halberkehr ganz gut haben abdecken können. Und die jungen Leute haben unglaublich schnell gelernt und haben sich sehr schnell professionalisiert, aber mit dem jungen Zungenschlag, und das war das Besondere. Apropos junge Gesichter, viele Radiomoderatoren haben den Sprung ins Fernsehen gemacht. Irgendwann wahrscheinlich, weil es da auch einen Mangel an frischen Gesichtern brauchte. Radio Luxemburg hat da einige geliefert, Frank Elsner, Dieter Thomas Heck kam von dort und auch selbst irgendwann ein eigenes Privatfernsehen gemacht. Der Bayerische Rundfunk hatte Thomas Gottschalk, Günther Jauch. Du hast da auch im SR-Fernsehen moderiert, aber diesen Sprung gefühlt nicht so gemacht. Ich war immer ein Radioman. Ich habe zwar auch immer gerne gute Dokumentationen geguckt. Ich habe auch ein paar Fernsehbeiträge gemacht damals schon, als ich diese Vorabendsendungen in den späten 80ern, glaube ich, habe ich die moderiert. Aber ich habe gemerkt, das Radio liegt mir mehr. Ich bin ja auch Musiker, das heißt, das Mikrofon war mir nicht ganz unbekannt. Und das ist eigentlich ein Klassiker, dass auch junge Nachwuchsleute, Mädels wie Jungs, die ein Volontariat machen und dann Radio, Fernsehen, Online kennenlernen, die merken meist sehr schnell, ob sie auf der einen oder der anderen Seite bleiben. Also es gibt nur entweder oder? Nein, man kann auch beides machen. Also dadurch, dass ich dann nachher auch festangestellt war, Unterhaltungschef, hatte ich jetzt nicht mehr die Freiheit, heute mal einen Film zu machen und morgen mal eine Sendung wieder zu moderieren. Ich fühlte mich wohl, wo ich war und habe gelegentlich auch einen Film gemacht und habe ja auch letztes Jahr im 21. zum 80. Geburtstag von Frank Faria eine große Doku gemacht. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Okay, also du bist ein halbes Jahr, ein halbes Leben, wollte ich sagen, beim SR, hast du dort verbracht und hast auch, ich nenne es jetzt mal, goldene Zeit des Radios mitgebracht. Man hat natürlich selbst Radiogeschichte geschrieben und mit klangvollen Namen wie Manfred Sechsauer, Dieter Exter, Axel Buchholz und vielen weiteren gearbeitet. Wie hat sich das Radio aus deiner Sicht verändert? Naja, das Radio ist formatiert worden. Das kann man kritisieren, man kann es gut finden. Aber ein Radioprogramm ist heute eine Marke wie Coca-Cola. Und das muss dann auch von früh bis spät, rund um die Uhr, Wortmusik einfach streamen, also als Programm gestreamlined sein. Das muss man einfach sagen. Die Musik darf die Hörer und Hörerinnen nicht irgendwie stören. Der eine liebt das und dann kommt ein Titel, den magst du gar nicht gut. Das kommt immer vor. Es gibt nicht das perfekte Radioprogramm. Das kommt vielleicht mal später. Das ist aber ein ganz eigenes Thema, Personalized Radio. Aber das ist sehr filigran. Das Radio ist zu Recht, sagen wir mal, zu einer Marke geworden. Aber es hat leider auch dazu geführt, das hat er so schon mal angesprochen, dass Persönlichkeiten es schwerer hatten, als Persönlichkeit trotz dieses Clan-Formats zu leben. Ich glaube aber auch, um das weiter zu spinnen, das Radio wird weiter existieren, trotz Spotify und trotz allem. Denn das Radio spricht, da spricht jemand zu dir. Bei Spotify etc. hast du ein Musikprogramm. Da magst du morgens das, abends das und am Wochenende und nächste Woche wieder was anderes. Du kannst dir da die Kanäle raussuchen. Aber auch wenn da gelegentlich, glaube ich, auch Sachen moderiert werden, es ist nicht dieses Aktuelle und auch dieses Regionale, wie das Wetter ist, welche Ausgeht-Tipps es gibt, welche politischen Nachrichten aus dem Saarland, Deutschland oder der Welt es gibt in einem Paket. Und vor allem das Zweite ist, anders als Internet oder Fernsehen, da musst du dann hingucken. Radio ist passiv. Du kannst sogar sagen, Alexa, mach mir mal das Radio an und dann dudelt das vor sich hin, solange du das willst, so laut du das willst. Deswegen glaube ich, dass Radio noch lange eine Zukunft hat. Aber was in 10 oder 20 Jahren mit den Medien ist, das sage ich auch den Studentinnen und Studenten in meinem Seminar immer, das weiß kein Mensch. Also Radio ist durchgeplant. Es gibt eine Richtung, die ein Radio verfolgt. Gibt es da eigentlich noch genug Platz für Experimente? Weniger, das muss man einfach sagen. Und das ist einfach schade. Aber ich sage mal, da ist die digitale Welt auch wiederum eine Möglichkeit. Früher musste man ja immer eine UKW-Frequenz haben oder mehrere Frequenzen, um ein Gebiet abzudecken. Heute digital, es gibt ja viele Internetradios. Und da würde ich jeden ermuntern, der eine klore Idee, wie man im Saarland hat, ein Programm zu machen, was auch möglicherweise völlig schräg ist. Auch ganz witzig gemacht oder einfach nur Chlor oder einfach interessant oder angeschärft, so wie Böhmermann, dieses ZDF-Royal oder wie das heißt, ZDF-Magazin Royal, glaube ich, ist ja auch eine ganz schräge Nummer. Und sowas, glaube ich, ist durchaus möglich. Unser Ding hatte oder hat noch, ich kann es im Moment aktuell nicht sagen, am Abend Sendungen, wo auch Black Music oder auch Rap, Hip-Hop, DJ-Sachen gespielt wurden. Aber im Tagesprogramm gibt es das einfach leider, Gottes sage ich selber, weniger. Aber es hat seine Begründung. Also es gibt aber genug Alternativen im Netz, sowas mal auszuprobieren. Jetzt haben wir auch über Marken gesprochen. Vermisst du heute die Marken Europawelle, Goldene Europa? Hat man das zu früh aufgegeben oder war das einfach damals der Zeit geschuldet? Die Goldene Europa hatte ihre Zeit, ich glaube in den 80ern bis in die 90er. Ich war ja dann auch mit zuständig für die Goldene Europa. Damals bekam man noch die Stars. Und dann haben die großen Privatsender RTL Sat.1 und wie sie alle heißen, bis hin zu den Veranstaltungen in Hollywood, die haben ja ohne Ende solche Awards auch vergeben. Und da bist du eben auch vom kleinen Saarland aus einfach dann, bist du zu klein geworden. Wir merkten, dass es immer schwieriger wurde, gute Namen zu bekommen. Ich weiß noch, wie wir Anfang der 90er zusammensaßen mit dem damaligen Fernsehunterhaltungschef Dr. Beckert. Dann waren die Namen sofort, wir brauchen Paul McCartney, wir brauchen Eric Clapton, Joe Cocker, Tina Turner und am besten noch die Beatles oder wie auch immer. Da habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, in welcher Welt ihr lebt. Also wir können sehr froh sein, wenn wir mal einen großen Namen bekommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und hier in diesem Format darf ich das ja auch sagen. Die prominentesten Musiker, die ich je interviewt habe, waren die Bee Gees. Die bekamen die Goldene Europa in der Saarland-Halle. Aber warum? Die waren gerade auf Tournee in Deutschland. Das heißt, die Bee Gees, das ist ja der Pop-Himmel, mehrfache Millionäre, die kriegst du nicht für so eine kleine Veranstaltung. Und deswegen war das zu Recht so, dass wir die Goldene Europa damals beendet haben. Denn der letzte Abgesang in einer Diskothek in Bremen, glaube ich, ich war nicht dabei, was ich gehört habe, war wirklich sehr traurig. Okay. Jetzt haben wir viel über Radio gesprochen. Kommen wir mal zu deinem anderen Aspekt, nämlich deiner Tätigkeit als Musiker. Da ging es auch schon recht früh los. In den 60er Jahren hast du als Teenager schon mit Musik angefangen. Welche Musik hast du selbst damals gehört? Was hat dich inspiriert, die Gitarre in die Hand zu nehmen? Die Beatles. Meine Schwester Rosi, die kam eines Tages zu meinem Bruder und mir und sagte, habt ihr schon gehört? Und die liebte natürlich Paul McCartney, den hübschen, netten, soften. Und mein Bruder, der schon drei Jahre älter ist als ich und der auch schon sehr gut Klavier spielte, hat ja auch später in Saarbrücken Musik studiert. Und der hat mir dann auch davon erzählt. Und da haben wir dann die ersten Beatles-Platten auch gehört. 1962 hatten die Beatles ja mit Love Me Do, den ersten großen Hit. Zuvor hatte ich schon eine Platte sehr geliebt, das war Poggy & Bess. Die war eine große, schwarze Schallplatte, natürlich noch, man erinnert sich. Hab das sehr geliebt. Summertime und the woman is a sometime thing. Also großartige Lieder, die ja auch schon ein bisschen jazzig, bluesig waren. Obwohl es ein Musical einer Oper war, das war die erste schwarze Oper. Aber dann waren es die Beatles, dann habe ich mir die Haare runter wachsen lassen über die Ohren. Mein Bart wuchs mir natürlich mit zwölf, dreizehn und nicht. Und hab die erste Gitarre genommen und hab dann mit meinem Bruder im Wohnzimmer der Familie, in der Bismarckstraße unter 10 am Starten, haben wir dann zu zweit mit Bassgitarre und Gitarre die ersten Lieder gespielt. Und das hat mich seitdem nie mehr losgelassen. Aber würdest du sagen, du hast das so Intus? Also es gibt ja Menschen, die wollen präsent sein, die wollen auf die Bühne, die wollen selbst das Mikro in der Hand halten. Bist du so einer? Ich glaube schon, ja. Und es war auch klar, mein älterer Bruder, von dem ich musikalisch sehr viel, wenn ich fast alles gelernt habe, der war ganz klar der Hintergrundmann. Der Wolfgang sang auch, aber war kein Frontsänger. Wolfgang hat Klavier gespielt oder Orgel später. Und auch wenn wir zu zweit mit Schlagzeug, also zu dritt mit Schlagzeug aufgetreten sind, dann hatte Wolfgang die Bassgitarre gespielt und ich war ganz klar vorne der singende Gitarrist. Und das bin ich bis heute und vielleicht hat mich das auch zum Radio geführt. Und ich stehe dazu, ja, ich will auf die Bühne und ich genieße es sehr. Ich habe zwar eine hohe Demut immer wieder, wenn die Leute kommen, um mich heute noch zu sehen, aber trotzdem genieße ich es sehr. In den 70ern hast du, um mal ein paar Projekte anzureisen, mit Michael Geib als Duo Eckstein warst du unterwegs. 87 dann die bis heute bestehende Formation Saarburg Libre. Lustiger Untertitel, Musette Rock mit Chanson und saubriger Platz. Kannst du vielleicht gleich mal was erzählen. Ebenfalls erfolgreich läuft immer noch, oder ja, auf jeden Fall läuft es, auf jeden Fall auch das Projekt Leonard Cohen Tributes, zu dem auch deine sonore Bassstimme perfekt passt. Also gibt es ein Lieblingsprojekt von den dreien oder sind die alle völlig unterschiedlich? Die sind völlig unterschiedlich. Das Eckstein-Projekt, wo wir Lieder auf Hochdeutsch und Saarländisch und Lothringisch gesungen haben, war so eine Sache, die gelegentlich mal passierte, weil ich auch ein großer Freund der Roots bin. Der Blues kommt ja auch nicht aus dem Radio. Der Blues kommt ja aus den Baumwollfeldern und von den Schwarzen. Und diese Analogie hat sich für mich immer erschlossen. Auch Lieder, Mundart-Lieder. Hoch, ah, mein Lothringer, wo, wie ich mir es lebe, so, ist ja auch fast ein Blues. Oder das Lied von der Katz, die Katz, die ist, sie regt um gerade am nächsten Tag. Also es war mir immer wichtig, die Folk-Sachen. Und das hat mich indirekt zu der Idee veranlasst, das war so zu Beginn der 80er, dass ich anfing, Lieder auf Saarbrücker Platz zu schreiben. Inzwischen habe ich 50 Lieder circa beschrieben, Text und Musik. Und das hatte mich inspiriert, das in der Richtung zu machen. Muss ich sagen, in Straßburg, Roger Siffer, Elsassisch hat mich inspiriert. Aber natürlich auch der große Wolfgang Niedecken-Bapp, der übrigens mit mir gleichaltrig ist, eine ähnliche Sozialisation hat. Und der war ja der Erste, der auch Mundart-Rock machte. Und so hatte ich auch die Idee und habe dann auch die Idee gehabt, durch die Grenznähe hier mit Akkorde und Geige das zu machen. Und da sind wir mit Saarbrück-Liebe relativ einzigartig, weit und breit. Die Band gibt es jetzt seit 35 Jahren. Ich habe auch großartige Mitmusiker, wir sind alle befreundet und haben nie Stress miteinander gehabt. Es ist immer prima gegangen, weil alle das Gleiche wollten. Und auf der Grundlage dieser wunderbaren Band hatte ich dann, als ich noch bei SR1 moderiert habe, die Idee, durch den Zufall ein Leonard Cohen-Programm mal zu machen. Das wollte ich eigentlich nur so mit einem zweiten Gitarristen und einer Sängerin, so ein bisschen folkig, kammermusikalisch, wollte ich das machen. Weil ein Freund von mir, Christoph Graf aus Zweibrücken, großer Cohen-Biograf, war bei mir in der Sendung zum wiederholten Male mit seinem neuesten Buch über Leonard Cohen. Und ich sagte, ach stimmt, der wird 80, da könnte man doch mal was machen. Dann habe ich das der Band erzählt, dann habe ich gesagt, dann machen wir mit. Und jetzt machen wir das seit acht Jahren mit großem Erfolg. Wir haben rund um Berlin mehrere Konzerte schon gemacht. Wir haben in Luxemburg gespielt, in Österreich. Zeitlang war ich, glaube ich, The German Cohen. Es gibt inzwischen zwei, drei andere. Aber es ist nicht wie bei Pink Floyd oder ABBA oder Queen, wo es unendlich viele Tribute-Bands gibt. Und was mir noch nicht geholfen hat, sind zwei Dinge. Es gibt ganz viele Zeitungsartikel, da bin ich also auch wirklich sehr froh, aber freue mich auch und bin auch da voller Demut, dass die Schreiben, man schließt die Augen und denkt an das Original. Das ist A, die tiefe Stimme, was du schon erwähnt hattest. Und das Zweite, was die Leute nicht wissen oder nicht wissen können oder nicht einschätzen können, ich spreche ja perfekt amerikanisch. Das kanadische American aus Montreal, wo Cohen her ist und auch geboren und begraben ist, unterscheidet sich minimal zu einem Prozent circa vom American English, was ich spreche. Aber es ist so nah dran, dass es fast keine Rolle spielt. Aber für Cohen ist es wichtig, denn es gibt ja unzählige Bands. Auch die Scorpions wurden ja in England und USA belächelt für dieses schlechte Englisch, was der Sänger, auch das T-H, hat der ja nicht richtig ausgesprochen, zu Beginn zumindest. Und Blues und Metal, weiß ich nicht, da kannst du auch Englisch mit Sächsischem oder Saarländischen oder weiß ich nicht Akzent machen. Das fällt nicht so auf. Nur bei Cohen ist die Stimme so mega präsent, dass es schon sehr hilft, dass ich vielleicht nicht mehr ganz perfekt, aber noch ziemlich gut amerikanisch rede. Das Projekt läuft sehr gut und es erscheint jetzt gerade ein Film über Leonard Cohen. Was macht Cohen für dich aus? Cohen ist ein Gesamtkunstwerk. Er ist für mich einer der größten Poeten. Ich bin sogar der Meinung, dass er mehr noch als Bob Dylan diesen Literatur-Nobelpreis verdient hätte. Die beiden waren ihm sehr gut befreundet. Interessanterweise auch beides Juden. Das muss man auch mal bedenken, dass das wohl eine große Rolle für deren poetisches Talent gespielt hat. Dieser Background, der ja mit dem Alten Testament und allem zusammenhängt. Aber Cohen ist für mich jemand, der unglaubliche Texte macht, der unglaubliche Melodien erfindet. Bob Dylan stammt ja auch aus einer osteuropäischen Familie, heißt eigentlich Robert Zimmermann. Er hat es später nur Bob Dylan genannt, aber der ist aus den nördlichen USA. Und seine musikalische Sozialisation ist mehr Country und Blues, also diese Harmonien. Und Cohen hat ganz viel mollige Harmonien und mollige Zusammensetzungen, die mich immer wieder sehr erstaunen. Die Texte, die Musik, die Stimme und dann die Persönlichkeit. Sein Leben ist ja irre. Der ist ja ganz weltoffen. Er erwähnt auch immer wieder Jesus und das Christentum. Er war auch viele Jahre in einem buddhistischen Kloster, könnte man sagen, in Los Angeles, bevor er wieder auf die letzte Welttournee 2008 ging. Also ein großartiger, warmherziger, auch sehr humorvoller Mensch. Ein Melancholiker, ja, auch jahrelang mit Depressionen zu kämpfen gehabt, aber auch jemand, der dem Leben sehr nahe gegenüber war und auch sehr humorvoll. Also ich habe Leute getroffen bei so zwei großen Fantreffen, wo ich war, einmal auf der griechischen Insel Hydra, wo er ab 1960 mehrere Jahre gewohnt hat, haben mich Leute getroffen, die ihn persönlich getroffen hatten. Ich habe ihn selbst nie persönlich getroffen. Und die sagten, er ist ein unglaublich warmherziger und auch witziger Mensch gewesen. Okay, ein weiterer Aspekt, den wir noch erwähnen sollten, ist auf jeden Fall so ein bisschen auch dein Wunsch, Wissen zu konservieren. Du hast zusammen mit Norbert Künzer zwei Bücher herausgebracht, Saar Rock History 1991 und 2011. 2021, ich habe da jetzt mal übersprungen. Und du hast jetzt auch jüngst zum Anlass des 80. Geburtstags eines anderen großen Saarländers, nämlich Frank Fagian, einen Film produziert. Zur Arbeit an diesem Beitrag hast du auch zwei Wochen in seiner Villa in Florida verbracht. Was ist das für ein Mann? Konntest du ihm als Elversberger begegnen, der seine erste Gitarre im Musikhaus Louis gekauft hat? Oder als der Superproduzent, der Musikgeschichte geschrieben hat? Er ist ein absolut nahbarer Mensch. Er weiß natürlich, dass er ein Weltstar ist. Das muss man so sehen. Und natürlich auch ein Mann, der Millionen hat. Ob das nun 10 oder 100 sind, spielt eigentlich keine Rolle. Aber er ist wirklich ganz geerdet geblieben. Wir sind natürlich per Du. Ich habe ihn schon im Rahmen der Rechercheninterviews für mein Buch Saar Rock History, für das zweite im ersten, war er auch drin mit ehemaligen Musikern in dem Buch von 91, aber in dem Buch von 2011 habe ich ihn selber besucht. Damals war er noch in Deutschland, hat er sein Studio in der Nähe von Bad Homburg bei Frankfurt, dort in Rossbach. Ganz nahbarer Mensch. Wir sind per Du. Wir kennen uns. Ich kann ihn anrufen. Er redet natürlich gerne über seine großen Projekte, über die alte Zeit. Und er kriegt jetzt auch, kriegt jetzt muss man so sagen, einen großen Kinofilm, wo Matthias Schweighöfer Farian spielt. Der Film kommt wohl 23 in die Kinos über die Milli Vanilli-Story. Das sei ihm auch von Herzen gegönnt. Den hat er mit Boney M und Milli Vanilli und No Mercy und anderen Meatloaf und mit wem er alles zusammengearbeitet hat. Mit Stevie Wonder und sogar Neil Young war auch bei ihm im Studio in Rossbach, weil er eine Zeit lang einfach der Weltproduzent war. Ja, der Mann hat wirklich was geleistet, aber er ist nahbar und ich war bei ihm für die Recherche für diesen Film damals. Ich war in Miami, konnte in seiner Villa einen ausgeben. Er hat mir freundlicherweise ein Zimmer im Hotel besorgt, das war auch ganz okay. Aber wenn ich bei ihm war, in seinem Wohnzimmer, in seinem Studio, für die Interviews, die ich da gemacht habe, war er absolut nahbar. Er ist auch noch aktiv, also macht er noch was? Frank hat nie aufgehört zu produzieren. Er hat auch ganz viel produziert, was entweder nie rauskam oder was von anderen dann gemacht wurde. Er hat ja auch diese Disconoma Barbara Streisand vor Jahren mal gemacht und die wurde dann ganz groß und wurde unendlich gecovert. Dann hatte er mit Rasputin durch TikTok wiederum Milliarden Klicks, Millionen Videos. Gut, das ist aber das mediale Geschehen. Aber er hat ein Studio bei sich und hat auch einen festangestellten Techniker, den Ossi, der übrigens mit einer Saarländerin verheiratet ist, den ich auch kennengelernt habe, ganz lieber Typ, der ist so für ihn der Mann für die Technik. Und Herr Frank kann nur Musik machen und natürlich auch die Organisation drumherum. Und arbeitet jetzt seit Jahren an einem Album mit den Titeln, die er mit seiner Band, die Schatten, die ab 62 bis 68 im Saarland die Stars waren. Ich habe sie damals persönlich nie getroffen, aber wir kannten natürlich, wir wussten natürlich, ich noch kleiner Musiker und zehn Jahre jünger als Frank. Aber die Schatten waren damals die große Band Frankie und die Schatten später Frank Farian und die Schatten. Und diese Musik, die sie damals gespielt haben, an dieser Musik arbeitet er seit Jahren und singt sie neu ein mit Studiomusikern. Also mit Studiomusikern, die spielen das ein, auch sein Neffe, der in Kirchen sitzt, der Bernd Bärwanger, also der Sohn seiner Schwester. Der ist Profigitarrist und der spielt viele Tracks ein und schickt sie dann per Internet, das geht ja heute, zum Frank in die USA. Und das ist das Projekt, an dem er seit einiger Zeit arbeitet. Und wie ich Frank kenne, werden da zwei, drei Auskopplungen dabei sein, die durchaus dann auch modern klingen. Und man darf gespannt sein, ob es wohl in diesem Jahr 2022 nicht mehr, vielleicht 2023 dann auf den Markt kommt. Auch nur parallel zu dir, du bist im sogenannten Ruhestand und kannst aber auch nicht aufhören, wirst auch nicht müde, was zu machen. Und da können wir auch noch ewig sprechen, aber eine Sache wollte ich noch zum Schluss. Ansprechen lassen mich noch, ein Projekt in der Pipeline, dabei geht es um einen koffeinhaltigen Softdrink. Worum geht es da? Ich habe immer auch fotografiert, gerne fotografiert, auf den Reisen, über die wir gesprochen hatten. Und ich war sogar in den 70er Jahren an der Volksschule Saarbrücken Dozent für Fotografie, also für diese Amateurkurse, die dort gegeben wurden. Habe auch Ausstellungen gemacht in dem legendären Jazzclub Gießkanne und in der legendären Kamera auf der Berliner Promenade, in dem Kino Kamera, habe ich auch Ausstellungen gemacht. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich habe seit vielen Jahren ganz intensiv ein Projekt, das ich ganz intensiv verfolge. Das sind Bilder mit Coca-Cola auf der ganzen Welt. Also Reklame oder eine Dose zertreten, die auf dem Asphalt liegt. Oder eine Dose, die ganz hübsch neben einer Vase steht plötzlich. Und das verfolge ich jetzt seit eigentlich latent. Auf allen Reisen habe ich immer Fotos gemacht. Da muss ich mal gucken in meinem Fotoarchiv, ob ich die nochmal finde. Aber konkret mache ich Bilder, um dieses Phänomen Coca-Cola, was ja der Softdrink schlechthin ist, weltweit zu dokumentieren. Und habe inzwischen bestimmt tausend Fotos. Und davon sind hundert, wie ich finde, richtig gut. Und das Projekt hat auch einen Namen. Das heißt Coca-Color. Das ist mein Copyright. Und ich plane da eine große Ausstellung im Saarland. und habe auch schon der Poprad, den ich ja mitgegründet habe. Und du bist ja auch im Poprad Saarland mit dabei. Der Poprad wird dieses unterstützen. Aber ich will diese Ausstellung dann wirklich schön und groß machen. Und habe mir auch schon Gedanken gemacht über die Installation, wie ich die Ausstellung mache. Und dann will ich sie auch auf Reisen schicken. Mal gucken. Und das Besondere ist an den Fotos der letzten Jahre. Sie sind alle mit dem gleichen Samsung-Handy gemacht. Und sind trotzdem sehr, sehr brillant und sehr scharf. Und mal gucken, vielleicht kriege ich ja Coca-Cola und Samsung dazu. Gibt es da schon ein Zeitfenster, wann das geplant ist? Nein, das kann 23 passieren oder 24. Ich weiß es noch nicht. Das ist klar. Ja, also das sind wir wieder beim Weltenbummler. Das war eine schöne Rundreise durch dein Leben. Und kann man mit Sicherheit irgendwann nochmal wiederholen. Und ergänzend, dann hast du mit Sicherheit noch ganz viel zu erzählen. Mein Kopf brummt immer. Es ist ein Karussell da oben. Und ich bin sehr froh, dass ich in dem sogenannten Ruhestand oder Unruhestand immer wieder auch Dinge habe. Denn wenn ich nichts zu tun hätte, würde ich mich wirklich sehr langweilen. Und wäre dann vielleicht auch nicht mehr so frisch und fröhlich, wie ich das jetzt mit meinen 71 Jahren noch bin. Ja, also nehmt euch ein Vorbild an Roland. Bleibt aktiv. Also vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke, Markus. Danke, Markus. Danke, Markus.